In meiner letzten Obst- bzw. Gemüsekiste war tatsächlich eine ganze Ananas drin und deswegen teste ich jetzt heute gleich mal zwei Lifehacks. Man soll nämlich tatsächlich das Teil hier vorne einfach abdrehen können und dann einpflanzen. Manche stecken es direkt in Erde, manche in Wasser. Ich würde es jetzt erstmal mit Wasser ausprobieren, weil ich habe tatsächlich gar keine Erde da. Wenn man dieses Ding hier nimmt und gut klopft und dann noch gut rollt, dann soll man die Dinger hier auf jeden Fall einfach rausziehen können. Also ich bin noch nicht so richtig überzeugt von diesem Hack. Also vermutlich ist meine Ananas einfach noch nicht reif genug. Sie ist auch noch überall relativ grün. Wenn ihr den Lifehack ausprobieren wollt, dann nehmt ihr am besten eine sehr reife Ananas. Habt ihr es schon mal ausprobiert? Schält ihr eure Ananas oder wie macht ihr das? Oder kauft ihr einfach Ananas aus der Dose?